Ich trete mal hinter ihn, oder? Oh, äh, ja. Ähm, Magister. Ihr, äh, ich habe die Maschine soweit fertig gemacht. All die Teile, die für mich relevant sind, sind soweit drin. Der Rest ist zur Übung euch überlassen. Ah, gerne. Aber mir, ich bring schon mal das Zeug weg. Kümmer du dich um die Sachen und den Kleinen, und ich bin gleich wieder bei dir. Wunderbar. Guck mal, Aldrich. Das ist Leonardo. Das größte lebende Genie. Zeig mal auf Leonardo. Ist das, ist das der mit den, mit den Flugmaschinen? Genau der. Guck mal, was er, was er gebaut hat. Trete mal näher ran. Nimm ihn weiterhin bei der Hand. Du merkst, wie eine unbekannte Kraft von dir Besitz ergreift. Und du spürst, wie du wohl Maschinenteile einsetzen möchtest. Wie du in einen Konstruktionswahn gerätst. Guck einmal, Aldrich, hier. Das gehört dahin. Greif mal so ein Kristall und dreh die an eine ganz bestimmte Stelle. Dreh ihn um 90 Grad nach rechts. Siehst du? So geht das. Und dann, jetzt muss ich kurz mal rumklettern. Kletter mal auf dieses Konstrukt hoch. Äh, würdest du mir bitte diesen Splintendreher reichen? Aldrich? Der kleine Aldrich guckt in so eine große, ja, Metallkiste, die da liegt und reicht dir dann zwei, drei, vier verschiedene Dinge an, die du erstmal nicht brauchst. Aber bei einem fünften hilft es dann. Wunderbar. Das ist ein Splintendreher. Sehr schön. Du bist ein guter Gehörer, Aldrich. Würfel mal eine Rechnenprobe und danach eine Feinmechanik, um das ganze Ding zu beenden. Äh, rechnen, rechnen, rechnen. In Konstruktionswahn ist fünf, korrekt? Ja. Rechnen und Feinmechanik, hast du gesagt. Genau. Ja, wie gesagt, ähm, die gröbsten Teile, oh Gott, Leonardo, es war dich ein Genie. Also, wenn du es jetzt so vor dir siehst, ist die Lösung ganz einfach, aber drauf selbst gekommen. Hui. Währenddessen unten in den Gewölben. Ömer sieht vor sich viele verschiedenen Türen, die abzweigen und nachdem du dann, äh, ja, in einen der Geschosse gelugt hast, kannst du dort sehen, wie die drei Sonnenligionäre stehen vor einer großen Kammer. Euerst zum Große. Euerst zum Große, keinen Schritt weiter. Natürlich. Und Ömer bleibt stehen und, äh, kramt in seinem Ärmel und zieht ein Schreiben heraus. Ein Schreiben vom Marschall persönlich, aber ein wichtiger Artefakt, was in die Kammern muss. Und reicht ihm das Schreiben, oder? Erdling, den kennen wir. Das Reichssiegel. Das ist doch der, der den Spitter hier reingebracht hat, oder nicht? Natürlich gehöre ich dazu, der Gruppe dazu. Ja gut, dann wird das wohl, dann wird das wohl seine Richtigkeit haben. Ihr solltet allerdings die, äh, Basaltruhe nicht öffnen. Natürlich nicht. Wir haben wohl eine Erfahrung gebracht, dass die innere Kiste nach und nach verschwindet. Milzt. Ja, okay. Haltet ein wenig Abstand zu der Tür. Am Ende des Gangs reicht vollkommen. Los, aufmachen. Jawohl. Hier sind die Schlüssel. Passt auch. Passt auch. Und, äh, tritt so der Basaltruhe und legt mal die Hand drauf, fühlt mal nach, ob die schon warm geworden ist. Mhm, die ist warm und vibriert. Ja, man schüttelt den Kopf. Du wirst wieder das rufen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wenn dieser Spitze sich hier durchbrennt, wer weiß, ob er sich durch den Boden brennt und dann wie in die Kansation rutscht und irgendwelche Leute... Du könntest Garad wieder aufbauen. Nein, 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 das kann nicht sein. Ilma atmet schwer aus und laut. Ich muss seine Aufgabe erfüllen. Du siehst dich wieder, wie du in der Festung stehst. Ich tue gut, dass ich verspreche's. Du könnt diese Stadt wieder aufbauen. Aber Jalons Worte waren eindeutig. Es geht nicht, es darf nicht. Den Finger schnippen. Und alles würde wieder stehen. Ilma guckt auf seine Hand, auf seine rote Hand. Nimmt die Hand von der Truhe. Du wechselst die Erze unter deinem Fleisch verschieben. Streicht über die Hand. Tja, jetzt wäre es wohl nicht mehr so, dass ich die Hand zerbrechen mit einem Streitkollen. Diese scheiß Prajoten. Ilma schmeißt den den Dolch, der ist ja sozusagen in Stoff angewickelt, irgendwo in die Ecke, kniet sich vor die Truhe, packt links und rechts den Truhenkopf und öffnet die Truhe. Wir schauen mal, was bei Rafim passiert. Ja, Rafim, du bist ins Arena-Viertel aufgebrochen und schiebst dich dann an verschiedenen Trümmeranteilen der schwarzen Festung entlang. Eine kleine Gasse, die hier dann errichtet worden ist und viele rumpelnde Karren, die jetzt versuchen, in Richtung Süden die großen Trümmer zu bringen. Raus aus der Stadt. Ja, ich spreche auch immer mal wieder jemanden an, den ich finde. Hey, du! Hast du eine Statue gesehen? Statue! Statue! Uff. Da drüben ist eine Kaiser-Heil-Statue, wenn ihr die meint. In der Ecke vom Arena-Viertel, da wo das Ehemann-Stadion mal war. Finde ich gut. Geh ich hin. Danke. Bitte. Rafim geht weiter, hat keine Ahnung, wo das ist. Okay. Hier sind also Statuen. Sehr gut. Ja, ich... mache mich weiter, kletter mal hier auf einen Schutthaufen, gehe mal da in irgendwie das zweite Stock von einem zerstörten Gebäude und halte Ausschau nach Statuen. Ja, äh... Ob ich irgendeinen Verrückten finde, der so aussieht wie dein Goldschmied und Geschichten erzählt. Ähm, Verrückte findest du hier nicht. Äh, tatsächlich nicht. Aber Statuen, doch eine ganze Menge. Boah, müsste man jetzt, äh, geschichtlich bewandert sein, damit man, äh, da die richtigen Leute zuordnen kann, ob das jetzt Kaiser Haarles oder Reto oder irgendein Geweihter, ob das Pryos ist. Aber Statuen findest du, nur stehen da einfach keine Leute rum. Hier wird aktuell nur hart gearbeitet. Ich, äh, gehe zu jeder Statue hin und schaue sie mir genau an, ob sie so ein Kettenglied dabei trägt. Mhm. Kannst mal eine Sinnschärfe machen und eine Götter- und Kulte-Probe. Kannst dann, also weißt ja momentan, wonach du suchst, ob da irgendwelche Kettenglieder eingearbeitet sind, die dann in den Mörtel verarbeitet sind oder die da eben genau reinpassen. Äh, was für eine Schwernis oder einfach nur Würfeln? Einfach mal eine Sinnschärfe, einfach mal eine Götter- und Kulte-Probe. Sieht schon mal ganz gut aus. Oh, hat sie neu ziemlich verkackt. Ja, äh, du streifst umher, wie gesagt, viele verschiedene Statuen, ähm, auch von Göttern, aber am meisten sind dann auch hier zerbrochen, ähm, liegen dann mit gebrossenem Oberkörper oder mit irgendwelchen abgebrochenen Händen da. Die stehen hier wohl aber auch schon seit einiger Zeit, wie denn hier eine vorbeikommenden Leute dann berichten, ähm, machen sich so ein bisschen, Ärger dann über dich, wenn du da einfach nur stehst und irgendwelche Statuen betrachtest, obwohl du dann auch helfen könntest mit deinen gigantischen Armen. Aber, äh, ein, äh, goldenes Kettenglied wirst du hier nicht finden bei keiner von den Statuen. Es sind auch keine acht, acht Märtyrer. Finde ich eine Statue, die so aussieht wie ein Goldschmied oder mich an einen Goldschmied erinnert? Mh, finden wirst du keine, nein. Okay. Du kannst ja mal irgendwen fragen, ob es sowas hier gibt. Ja, ich, äh, brülle auch wieder einfach irgendwelche Personen an, Du! Du da! Ja, der mit der Schaufel. Ja? Sind hier irgendwo Statuen von Goldschmieden? Statuen von Goldschmieden? Ja, oder Goldschmiede, sowas halt. Irgendwas mit Goldschmieden. Also zwei Blöcke weiter, da ist ein Goldschmied, ja, ja. Perfekt. Aber Statuen hat er keine. In welche Richtung? Zweimal, äh, zwei Blocks weiter nach oben, nach Norden. Super, danke. Ich drehe mich um und gehe mal zwei Blocks nach Norden. Ja, äh, du suchst wieder ein bisschen und kannst dann sehen, wie da wohl in einer sehr zerstörten, halb eingebrochenen Schmiede wohl es hämmert. Äh, trittst ein bisschen heran und kannst dann sehen, dass es da auch Gold gibt. Ähm, das wird da aktuell nicht verarbeitet, aber das sind wohl Unterschätze aus dem Pryos-Tempel. Stehen da zumindest? So ein paar Kälche mit Sonnensymbolen darauf, ähm, einige Amulette, einige Ringe, die dann da auf einem großen Haufen liegen und, ähm, einer, ja, steht da wohl gerade vor, hat so einen schönen Schnauzbart im Gesicht, äh, auch wenn er noch gar nicht so jung ist, aber, ja, so ein ziemlich prächtiger Kaiser-Hallreg-Bart und, ähm, ja, guck dich dann noch an, wenn er gerade auf so einem Blech herumhämmert. Ja, guter Mann. Wir haben geschlossen. Handelt ihr damit oder was ist das? Ja, schon. Also, die haben ein paar Leute hier vorbeigebracht und ich soll die einschmelzen, da hatte ich bisher noch keine Zeit zu. Wenn die Stadt hier runterstürzt, dann haben wir aktuell andere Dinge zu tun. Also, mein, selbst mein Wissen übers Mittelreich sagt mir, dass man vermutlich nicht einfach irgendwelche Pryos-Amulette einschmelzen darf, richtig? Natürlich nicht. Ja, perfekt. Ja, mein Freund, dann hast du was gewonnen. Darf ich, darf ich dich beglückwünschen? Ähm, ja, okay, was? Ja, du darfst dich einmal ganz lieb mit mir unterhalten und ich lege mal meinen Arm um ihn. Weißt du, ich habe so Freunde und er ist so einer von diesen Bandstrahlern, weißt du? und ich habe das Gefühl, dass ihr beide einfach, einfach eine innige Verbindung zueinander haben werdet, wenn ihr dich erst mal kennenlernt. Was hältst du davon? Ja, den kenne ich schon, mein Herr. Den kennst du schon? Ich vermute, wir sprechen vom Gleichen, oder nicht? Ja, wie heißt er denn? Seinen Namen hat er mir nie gesagt, aber er taucht hier mit dem Rondriana auf. Mit dem Rondriana taucht er hier auf? Na ja, vor ein paar Tagen waren die hier. Ein Bandstrahler? Das ist einer mit dieser Klamotte, der so aussieht, als würde der Hexen jagen. Äh, ich glaube, Bandstrahler oder Sonnenlegionär. Ganz gut, kenne ich mich mit diesen Orden nicht aus, mein Herr, aber vielleicht auch einer von Okuri oder so. War das denn, war das denn hier dieser, dieser, dieser Rondriana gewalt ohne Bein? Genau, ohne Bein und einen Arm fehlt ihm. Die tauchen hier auf. Was wollten die hier? Haben sich mit mir unterhalten, haben gesagt, ich soll demnächst mal ein paar Lauten sprechen und wenn ich Sachen aus der Pryos-Kirche demnächst bekomme, dann soll ich die hier einschmelzen, haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Richtig. Ich habe mir da mal nichts gedacht, aber jetzt kommen die ganzen Leute und bringen mir Dinge. Was sollst du denn für Lauten sprechen? Ähm, naja, also, hier tauchten dann Leute auf und das waren Leute aus der Stadt, aus Gareth, so ganz normale. Ja, ganz normale Leute, ja. Ja. Und dann? Na ja, dann haben wir denen gemeinsam eine Geschichte erzählt, also viele verschiedene Geschichten von den, von den Märtyrern eben. Ja, du oder die, diese, diese, dieser Rondra-Geweihte? Äh, der Pryos-Geweihte, der Bandstrahler, der Sonnenlegionär und der Rondriana. Ich stand halt daneben, und das haben sie dann irgendwie hier machen wollen. Ach so, ach so, jetzt bringen sie mir, ja, jetzt bringen sie mir die ganze Zeit, äh, aus, äh, aus der Priesterkaser nicht nur Alexakrale und aus dem Bandstrahler-Turm, glaube ich, der ist eingestürzt und dem Pryos-Tempel der Gerechtigkeit. Da kommen jetzt die ganzen Leute und bringen mir diese Schätze. Ich weiß nicht, ob das geplündert ist, die sollen wohl eingestürzt sein und die soll ich jetzt einschmelzen. Also das ist alles ziemlich altes Zeug, handwerklich gut gemacht, ich könnte das selber nicht, ähm, hier, könnt ihr das sehen? Ich soll wohl, soll wohl irgendwie Dinge von der heiligen Jasinte sein, die hat sie damals selbst hergestellt, das ist schon also tausend Jahre her oder so. Ah. Schaut das mal an. Ich meine, sieht, sieht fast lebenseicht aus, ich meine, diese Amulette sind nichts Besonderes, aber guckt euch mal diese kleine Statue von Kaiser Raul an. Ich habe keine Ahnung, wie Kaiser Raul aussieht, deswegen hilft mir das nicht. Ich meine, es ist ein bisschen kleiner als sonst, aber lebensecht sieht er aus, ich meine, ihr könnt sogar sehen, wie er grinst. Oh. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war hier ein Sonnenlegionär, ein Pryos-Geweihter und ein Rondra-Geweihter, richtig? Ne, also der Pryos-Geweihte ist der Sonnenlegionär, ist der Bandstaat, wie gesagt, also einer von Pryos und einer von Rondra. Wie heißen die? Die haben sich nie vorgestellt. Ach da, das kann ich mir nicht vorstellen, die sind hier einfach hingekommen und haben angefangen zu reden. Ja. Die haben doch bestimmt gesagt, ich bin Pryos-Geweihter von irgendwas, oder nicht? Ne. Ne. Waren namenlos. Namenlos waren die? Ja. Ach, jeder hat doch einen Namen. Also wirklich. Ja, aber die haben sie mich nicht genannt, weil wer bin ich, dass ich ein Sonnenlegionär auffordere, dass er sich mir vorstellt? Hast du auch wieder recht. Ihr müsst wissen, ich bin zwar ein Goldschmied, aber eigentlich auch ganz gut in der Historie bewandert. In der Historie? Ja, Oh, Edel. Naja, ich hab mir einfach die Frage gestellt, seit wann gibt's Garret? Wisst ihr das? Keine Ahnung, seitdem er erst hier seine scheiß Hütte hingebaut hat, würde ich sagen. Naja, aber wann war das? Äh, irgendwas so Bosparan? Ich sag's euch, ja, ja, genau. Also 880 vor Bosparans Fall, das ist also schon 1800 Jahre her. Vor 1800 Jahren hat der erste Bub hier zwischen Gardel und Würselbach hat hier seine erste Hütte hingestellt. Das war damals noch ein riesiger Wald. Kennt ihr diese Geografie hier? Also, hier gibt's keine Berge oder so. Nichts. Naja, da vorne ist Wald und irgendwo ist auch ein Fluss, aber ich weiß nicht genau, wo der Fluss schlagen soll. Ja, genau. So, aber passt mal auf, was ich mich damals fragte, wie gesagt, ich bin Hobbyhistoriker, möchte ich meinen. Ja. Aber Goldschmied vom Beruf. Ja. So, und jetzt ist es hier ein riesiger Wald, ohne irgendwelche Berge drumherum. 880 und ungefähr 200 Jahre später wird aus einer kleinen Siedlung eine Stadt aus Gold, die höher ist als die Türme von Bosparan. Gigantisch, gewaltig, alles aus Gold, funkelnd und glänzend, obwohl hier kein einziger Berg ist, aus dem man Gold schürfen könnte. Na ja, man kann ja auch in den Boden graben, das ist glaube ich auch Gold. Also, ich verstehe nicht so viel davon, aber man gräbt doch in den Boden, oder nicht? In den Berg hinein, genau. Aber hier gibt es keine Berg. Berg, aber keine Ahnung. Ich stehe immer nur draußen, wenn die Sklaven das machen. Ihr solltet euch mal überlegen, woher das ganze Gold kommt. Ich habe keine Ahnung. Kann mir das nicht erklären. Habt ihr keine anderen Sorgen, sag mal? Also wirklich, deswegen ist euer Mittelreich auch so am Arsch, weil ihr immer alle nur über irgendwelche Scheiße nachdenkt, anstatt mal was Vernünftiges zu machen. So, mein Freund. Aber wir beide haben jetzt noch eine Verabredung. Ich mache mal mein Beutelchen auf und kippe mal die ganzen Pire-Sachen da rein. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das sieht auch schön aus. Ja, ja, macht was ihr wollt. Ich soll jetzt mitkommen, ja? Ja. Er legt seinen Hammer beiseite, legt es auf das Blech und guckt dich an. Dann nimm da mal los. Wie heißt du denn überhaupt? Äh, ich? Rio. Rio. Finde ich einen guten Namen. Du? Grafim. Siehste. Dann bist du jetzt nicht mehr namenlos. Siehste, kommste, Rio. Ja, und so gehst du auch in Richtung Norden. Mit meinem neuen Freund. Dann können Jalan, Isarun und Kieras. Ja, nachdem ihr euch ein bisschen durch das Viertel gekämpft habt, kurz vor Wallgraben, könnt ihr an der Stadtmauer ein altes, windschiefes Haus erkennen. Isarun schaut noch mal auf die Karte, die sie mitbekommen hat von Answind von Werheim. Das muss es sein. Nur schon ein paar Mauerreste von der Villa, die stehen, Efeu umrangt. Aber das muss das Haus sein. Zumindest steht da noch ein Namensschild von Streitsig dran. Auch wenn es sehr verwittert ist. Ja, also wenn euch nicht alles täuscht, muss das denn die Villa sein, wo die Dame damals gewohnt hat. Es sieht hinreichend verfallen aus. Dafür, dass die Dame wohl länger nicht mehr hier wohnt. Nun, gehen wir rein und warten noch nicht da draußen. Komisch, das ist doch so ein Premium-Grundstück. Warum lässt man das denn einfach so verfallen? Vielleicht haben die Erben sich einfach nicht gekümmert. Oder einfach Hilfe zur Erkunde ist verloren gegangen und niemand traut sich. Auch wirklich. Es kann sein, dass irgendeine Familie von Streitsig dieses Grundstück gehabt hat und weiß es einfach nicht mehr. Und sie zahlen jedes Jahr die Grundsteuer und wissen gar nicht mehr wofür eigentlich. In den großen großen Baronien geht so etwas schon mal unter. Gerade wenn er den Zug nicht ganz beisammen ist. Ja, treten wir ein. Ja, ich weiß nicht ob die Tür verschlossen ist aber gleich ist sie nicht mehr. Ja, du versuchst den Hebel runterzudrücken merkst du wie von innen ein Riegel vorgelegt ist. Das ist jetzt natürlich gegentreten aber nach einigen Fußtritten von dir kannst du dann auch sehen wie da wohl ein paar Fenster geöffnet werden um dich herum und da irgendwelche Leute noch in ihren ja, der Norden hat ja nicht so ganz gelitten. Kannst du sehen wie da so das eine oder andere Mütterchen mal rausschaut empört mal mit dem Kopf schüttelt und nach dem fünften Fußtritt fliegt dann die Tür auf springt auf der Innenseite gegen einen ja du stehst dann wohl in sowas wie einer staubigen Küche möchtest du meinen direkt vor dir so ein Tisch kochnische kochstelle dann sehen wir jetzt mal um ähm ich blicke mal kurz gibt es eine Tretbo oder eine Leiter nach oben oder nach unten ähm ja sowohl nach oben als auch nach unten wenn ihr euch ein bisschen umschaut ähm ist wie gesagt eine kleinere Villa definitiv aus der ja ukureanischer Stil möchtest du meinen den man damals zur priesterkaiserlichen Zeit äh damals sehr oft benutzt wir scheinen am richtigen Ort zu sein ich würde sagen geht einem sicher eine Etage vor in Ordnung nun äh so gerne ich auch sage dass es keine gute Idee ist sich zu trennen ich denke nicht dass hier irgendetwas ist also ja es soll geschehen und selbst wenn dann schreien wir einfach laut Karino wenn ihr wollt gehe ich gerne mit euch in den dunklen Keller aber wir sollten uns anhalten ja vielleicht dann einfach mal ja wer möchte nach oben dann gehe ich nach oben dann gehst du nach oben ja das obere Geschoss ist wohl aus der eslamidischen Zeit also hier ein ganz anderer Stil der dann im Inneren benutzt worden ist ist wohl also drauf gebaut worden viele hundert Jahre später war zur Zeit der Eslamiden eben viele verstaubte Betten vielleicht dann auch von irgendwelchen Würmern zerfressen möchtest dich wohl nicht drauflegen Holzwürmer die da in den in den Betten wohnen in den Schränken alles verlassen die Streitzexamen natürlich große Familie aber so eine Villa dann verkommen lassen ist eigentlich nicht so der Stil ja ich durchsuche dann das Obergeschoss so ein bisschen mich interessieren allerdings Möbelstücke nicht so sehr außer es handelt sich um Schreibtische oder Sekretäre wo man irgendwelche Papiere drin aufbewahren kann also Papierkram Aufzeichnungen Bücher das ist eher das was ich suche ja also das Ganze ist verlassen du kannst auch einen Kamin sehen der entspringt nicht diesem Stock aber du kannst sehen wie er dann eben so eine weitere Abzugsklappe hier hat sodass man da dann Dinge dann auch verbrennen könnte und tatsächlich siehst du da auch dann verkohlte schwarze Pergamente die vor langer Zeit mal reingeworfen sind und wenn du sie jetzt anfasst dann würden sie sofort zerfallen der Schreibtisch ist leer noch einige Zettel und Blätter die da irgendwie rumfliegen alte aventurische Booten die da vergilbt und gelb liegen aber ansonsten ist das Ganze aufgegeben und verlassen also wirklich nichts von Interesse gut wenn ich da nichts interessantes finde mache ich nochmal die Klappe vom Kamine aus und ruf runter huhu knall die Klappe wieder zu dann gehe ich die Treppe runter in der mittleren Etage kann derjenige der dort herumwühlt ebenso nichts finden aber wenn ihr die Treppe nach unten geht könnt ihr dort durch eine Tür auf Steineichel gehen und steht dann in einer Katakombe vor euch könnt ihr ein Steinsarg erblicken und eine Statue aber wer hat bitte sein eigenes Grab im Keller das ist naja ich möchte den Sarg doch einmal genauer untersuchen ob da eine Inschrift drauf ist ich nehme mir die Statue vor ja genau könnt ihr euch dann allesamt zusammen rufen Kierras ruft dann einmal sodass auch Jalen und Isarun nach unten treten und Kierras findet die Einschrift 40 Murak wenn du mehr zu 40 Murak wissen willst brauche ich von dir deine Geschichtskenntnis und Isarun entdeckt dass es sich bei dieser Statue wohl um den heiligen Lucian handelt den blinden Totengräber alt blind und die Rahmen die ihm das Fleisch zwischen den Fingern weg picken und finde ich da auch wieder so ein goldenes Kettenglied und ohne eine Inschrift noch nicht seht ihr irgendwas nun auf dem Sarg steht drauf 40 Murak 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 kennt keinen Kaiser Murak kennst du einen ich denke nicht dass ein Kaiser hier im Keller von irgendeiner Villa begraben ist natürlich nicht aber die Jahresangabe fühlt sich Murak während 40. Jahr von Muraks Herrschaft normal könnte es vielleicht Murak Horas sein Vater von Helah Horas Ich weiß nicht wie der so hieß sicherlich ich kenne mich mit spät postbaranischer Geschichte jetzt wirklich nicht aus Ich hatte da eine Unterrichtsstunde ich bin mir nicht sicher das war irgendwann kurz vor Barbarats Fall 20 19 18 irgendwie um den Dreh Dann steht dieser Sarg schon lange hier offensichtlich Steht dann auch drauf wer begraben ist Nein sonst steht ja nichts drauf Ich bin halb geneigt ihn zu öffnen aber vielleicht sollten wir oder stüge mal konsultieren Wir wollen uns schließlich nicht vor uns zu ziehen Natürlich obwohl ich mir denke wenn dieser Sarg wirklich fast über 1000 Jahre alt ist dann ist alles darin schon zu Staub zerfallen Ein Grab ist ein Grab Ob Staub oder nicht Das ist wohl wahr Aber nur gut jetzt dieser Statue Wen soll das darstellen? Das ist wieder einer der Märtyrer der heißt Lucian das war ein Totengräber Die Garete haben so wirklich mit den Märtyrern Genau von dem hatte ja auch diese Celotin vorhin erzählt man weiß natürlich nicht ob die also die hat natürlich totalen Quatsch erzählt die war ja komplett irre Aber Totengräber war er Als ich diese Geschichte ausdenken frage ich mich hat diese Statue vielleicht eine Inschrift irgendwo ja ich suche mal am Sockel herum ob ich da irgendetwas finde Die Statue selber hat keine weiteren Inschriften es ist einfach nur verstörend dass ein Totengräber boronheilig so dargestellt wird wenn ihm dann Raben also drei an der Zahl nicht zwei sondern drei Raben das Fleisch zwischen den Fingern wegpicken eine Opferung die hier wohl stattfindet keine Inschrift darf mal Isarun oder Kairos du kennst dich auch ein bisschen mit eurem seltsamen Kult aus aber ist das nicht ein Rabe zu viel eigentlich schon ja aber ich verstehe auch nicht warum Raben jemanden Leben dann fressen sollten also so langsam kommt mir das ganze seltsam vor es könnte natürlich sein dass es keine personalisierte Darstellung der Raben sein soll sondern einfach nur irgendwelche Raben die einer von diesen Raben aus das wäre ja größer prächtiger als die anderen beiden ne die sind alle drei gleich groß auf einem heiligen Bild nicht zwei Raben zu haben wäre schon sehr sehr seltsam findet ihr nicht ich finde die ganze Statue seltsam also wer stellt denn sowas schon da das ist doch nicht wenn jemand da sehr krank ist soll vielleicht sein Märtyrer tun darstellen ich glaube nicht mehr dass das irgendwas mit Märtyrer Türen zusammen ja aber Märtyrer sind doch Märtyrer weil ihnen jemand anderes etwas wegen ihres Glaubens antut und nicht dass der Glaube ihnen etwas antut sind wir eigentlich sicher dass die Version der Märtyrer Geschichte die wir kennen die Wahrheit ist und ihr wollt doch sicherlich nicht was unterstellt ihr eigentlich dass mehr dahinter steckt als wir glauben und diese verrückten erzählen es kann natürlich sein dass im laufe der tausend Jahre die jetzt schon vergangen sind irgendwelche Details vergessen oder verändert wurden scheinen eher wir sind auf einen uralten kult getroffen der beschönigt was damals geschehen ist die unterstellung dass die ursprungslegende von praias heiliger stadt die unwahrheit sein soll möchte ich doch entschieden zurück weisen passt besser auf wo ihr das sagt die leute das hören können sie euch verhauen die Geschichte wird von denen geschrieben die gewinnen und umgeschrieben werden sehr richtig erinnert euch doch nur einmal daran was euch der Priester im Praiaus Tempel der Gerechtigkeit erzählt hat über die Wandlung der Aspekte des Praiaus es kann durchaus sein dass im Laufe der Geschichte Details vergessen verändert oder hinzugedichtet wurden sind immerhin wird die Geschichte auch nur von Sterblichen geschrieben wie lange hatten wir mit der KGI zu tun wie viel wussten wir wirklich über Galotta bevor wir die ganzen geheimen hatten erfahren haben vielleicht ist es auch einfach nur so dass die Künstlerin eine schwer gestörte Person war wobei ich das natürlich nicht hoffen möchte war sie doch eine Vertraute dieses Praiaus Lob von Selem Praiaus von Selem